Natürlich machen Politikerinnen und Politiker noch Politik, aber was stimmt, ist, dass die Medien keine unwichtige Rolle spielen und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal dahin, dass sie ein Thema eröffnen, womit sich die Politik noch nicht wirklich beschäftigt hat und dann werden sie gedrängt, es zu tun. Und zweitens dahingehend, dass sich Politikerinnen und Politiker überlegen, was schreiben die Journalistinnen und Journalisten über meine Entscheidung, wenn ich nicht in der Lage bin, das so und so zu begründen. Das heißt, dass sie sich schon ein bisschen im Voraus nach Medien richten, obwohl die noch gar nicht erschienen sind. Und andererseits wiederum brauchen die Medien auch die Politikerinnen und Politiker. Stell dir mal vor, die machen eine Talkshow und alle Politikerinnen und Politiker sagen, wir gehen da nicht mehr hin. Ich fände das mal großartig für eine Weile. Also es ist nur eine Art Streik, sage ich mal eine Talkshow-Streik. Dann sind sie ja auch am Ende.